Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist ein etwas kürzeres Thema dran und zwar die Rituale. Das Thema ist so kurz dafür besonders wichtig. Rituale ist ein wiederholtes, immer gleichbleibendes, regelmäßiges Vorgehen. Und Rituale sind für Kinder besonders wichtig. Sie sind zum Beispiel Zeitstrukturierer. Wenn es das Ritual ist, vor dem Essen einen Morgenkreis zu machen in der Kita, wissen die Kinder, jetzt ist Morgenkreis, danach gibt es Essen. Wir Erwachsenen wissen, um 9 Uhr ist Morgenkreis und um 9.20 Uhr gibt es Frühstück. Rituale bieten den Kindern auch einfach Orientierung im Alltag. Dazu gehört zum Beispiel ein Morgenritual, ein Ritual nach dem Kindergarten, vor dem Kindergarten, im Kindergarten, am Abend oder am Wochenende. Man kann also immer Rituale anwenden. Rituale erleichtern den Kindern auch die Bewältigung von Transitionen. Sprich, wenn die Kinder zum Beispiel von zu Hause in die Krippe oder in den Kindergarten wechseln. Da könnte zum Beispiel ein Ritual sein, dass das Kind die Mutter verabschiedet, sein Lieblingskuscheltier nimmt und dem Lieblingskuscheltier erstmal ein Bilderbuch vorliest. Weil das Kuscheltier kennt ja niemanden außer das Kind selbst. Das Wichtige bei Ritualen ist, dass es immer eine kleine Gefahr gibt. Und zwar, dass sie zur Gewohnheit werden. Deshalb sollte man Rituale immer etwas überdenken. Ist das Ritual noch angebracht? Sollte man irgendetwas ändern oder kann man es ganz weglassen? Ab einem gewissen Alter braucht das Kind kein Abschiedskuss mehr als Ritual. Und das war es dann auch schon mit dem Video. Tschüss und bis zum nächsten Mal.